Die neue Valka-Orgel ist ein ganz wunderbares Instrument geworden, wie ein ganzes Orchester, das man als Organistin alleine bedienen kann. Es gibt ganz zarte Stimmen, die man kaum hört. Es gibt Klänge, die Instrumenten nachgeahmt sind, wie beispielsweise Streicherstimmen, Trompete und Oboe und den tollen Tutiklang, der unter die Haut geht und den ganzen Raum erweben lässt. Ich finde, dass man in diesen Klängen auch Gott in diesem Raum spüren kann. Streicherstimmen Streicherstimmen Streicherstimmen